So, wir machen das jetzt, wir spüren das jetzt ganz taktisch, das wird die Runde. Ich krempel schon mal meine Ärmel hoch. Es läuft, es ist so schlecht, es ist mein Leben noch nicht gelaufen. Ich habe das Gefühl, wir müssen gleich irgendwo im grünen bei einer Tanke landen, damit wir irgendwie eine Chance haben. Mann, wie viele, wie viele... Aua, 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 aua. Danke. Was ist passiert? Tot bin ich. Das geht meine Partybippel und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz, ganz YouTube. Heute haben wir eine richtig krasse Runde am Start. Ich habe leider keine Ahnung, wie viele Kills. Ich habe nicht mitgezählt. Wir haben gezockt mit der Marlene gemeinsam. Ja, bevor wir anfangen, Scooper Energy, meine Damen und Herren. Gönnt euch euren Koffeinkick des Jahres mit dem Rabattcode Dominik20. Spart ihr 20%. Gönnt euch und wenn ihr mir die Bestellbestätigung per Instagram sendet, werdet ihr in meiner Story eingeblendet. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Bist du Julien? Bäm. Und wir sind wieder beim Thema angeleitet. Mann, was will er überhaupt? Nur Bots spielen null bauen. Was willst du von mir? Du bist halt ein Bot. Ja, dann bin ich ein Bot. So, fertig, aus. Ich spiele das, was ich will, Alter. Und wenn ich Steinsimulator spiele, spiele ich Steinsimulator. Das Aim-Happ hat aber gerade Guns bei mir. Ich habe geholfen. Bitte. Danke. Danke schön. Danke. 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 Mann, was ist sie? Scheiße. Original. Ist das nicht irgendwo da? Was denn? Aha. Fuck. Ach. Ah. Nur Bullshit. Nur Scheiße. Hä? Ist der Video überhaupt angezeigt? Schön. Stark. Yummy, yummy, yummy. I love my tummy. So. Jetzt wird gefetzt. Es wird schneller. Baby, baby. Genau. Das sah ich auch. Gegner. Nee, doch nicht. Das Problem ist, das Problem ist, das Problem ist. Ja, was ist denn das Problem? Ähm. Ja, ich weiß gerade nicht, wie du es formuliert hast. Ich merke. Das ist ein, äh, das ist ein, äh, Satz ergibt, einen sinnvollen. Äh, Münze läuft hier irgendwo rum. Die Münze läuft? Aber nur die Münze, oder? Alleine? Da drüben am Dach. Die Münze, die läuft rum. Nur die Münze läuft, oder? Ohne den Sinn. Scheiße. Hast du jetzt, hast du jetzt gesnipet darüber? War das jetzt so, hallo, wir sind da und kommen? Ja. Ich wollte denen einmal hallo sagen. Einmal begrüßen. Sag. Ja, das nehmen sie ziemlich ernst, glaube ich. Ja, die wollen auch mal sagen. Einer hat Hit. Hab einen, einer Knock. Ähm, der ist low. Hab ich? So, was hat denn der da? Der hat einen Sniper für mich. Das finde ich schon mal sehr schön, weil ich habe keine. Finde ich schon mal sehr amüsant. Das gefällt mir, du, ne? Das war eine Klaviatur. Klaviatur? Ja. Was sagt man? Bei einem Klavier, die Tasten, alle zusammen ist eine Klaviatur. Das hat sich irgendwie eine Krankheit. Ja, schon. So eine Geschlechtskrankheit oder so. Äh, so, nächste Münze ist da. Surprise, surprise, the king is back. Surprise, surprise, mother f***er. The king is back. Oh, die schauen mir beide zu. Bam. Bam, Junge. Bam, Junge. Ist irgendwo da mit dem Haus drin, auf jeden Fall. Man, nicht schon wieder Medallon. Oh, doch. Wir werden so sterben. Wir werden so gottlos sterben. Ich habe ein Auto. Rechts von uns. Hat weg. Ich spüre so einen Sniper hit in meinem Kopf drinnen. Where are the buddy people's now? Hello? Vielleicht sind die aber im Tresor. So, schauen wir jetzt mal nach. Sind die im Tresor? Oh, das sind Schüsse. Die sind beim Tresor sogar. Wirklich. Ja, dann lass da doch. 110er. Ja, der war doch drauf. Noch ein 110er. Noch ein 110er. Mann! Mann! Ich kann nichts. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Hä? Wo ist er? Where is he? Ich habe keine Ahnung. Ist er einfach abgezogen? Da. Schritte? Über uns, glaube ich. Ja, über uns. Ja, ich glaube, über uns, ja. Ja, dann das so. Oh, ich werde schon abgeschossen mit Haftgranaten. Er kommt zu dir. Schön. So gesandwiched, den Boy. Stark! Stark! So. Das sind Gegner wieder. Schon wieder? Mann, ich muss den Schalldämpfer runter machen. Ich packe das. Oh mein Gott! Der Schalldämpfer richtig aggressiv. Von der Insel. Ich wollte gerade bauen. Ich wollte gerade bauen. Ich wollte gerade bauen. Ich wollte gerade bauen. Hilfe. Von der Insel. Von der Insel. Und close vor uns. Mann, die hat auch... Ja, ja. He sniping! Jetzt, jetzt. Guck mal, der ist in der Luft. Kommt der runter? So trifft man den. Nee, der bleibt auf der Insel. Aber... Die wang ist, dass er mich snipet. Kann der snipen oder eher nicht? Hitter. Oh, 120er Hit! Holla, die Waldfee. Er war so gedrückt, den Boy. Noch ein 120er Hit. Oh, von wo? Immer von der Insel. Alter, sind die nervig. Close vor uns. Wee, ist so schön, Alter. Schön ist es, auf der Wild zu sein. Scope und beide auf mich. So verengt. Holla, die Waldfee. Wo habe ich ihn da hingeschossen? Mann, wir müssen hoch. Das ist aber mies. Obwohl, die Zone kommt... Ja, bringt nichts, hoch zu gehen jetzt. Los ist die Zone. Komm, lass die Zone einfach. Let's go. Das Hoppelhäse. Ich bin schon wieder ganz unsicher hier. So, wir machen das jetzt. Wir spüren das jetzt ganz taktisch. Das wird die Runde. Das wird die Runde deines Lebens. So, nämlich. Ich krempel schon mal meine Erben hoch. Ich fühle mich da irgendwie ganz unwohl. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich da verstecken soll. Okay, was machen wir jetzt? Chillen. Ich bug. Boah, doch nicht. Was bugst du denn? Einen Kuchen. Hier, bei mir, bei mir, bei mir. Sehe ich, ja. To snipen. Oha. Let's go, let's go, let's go. Und 105, 105. Stark. Jetzt bin ich unterwegs. Er zieht ab. Jetzt verpisst er sich. Der ist gleich dead, der ist gleich dead. Schwingen daher ist mir egal. Schwingen? Ich komme nicht so schnell hinterher. Mein Gott. Stressig. Stressig. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Zwei leben noch. Das war es perfekt. Sogar mit Zinsen. Pass auf wegen Sniper. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Gar nicht. Irgendwo rechts. Aber lass schon mal, lass schon mal, lass schon mal, lass schon mal links gehen. Wegen nächster Zone. Safe. Die müssen jetzt eh hierher kommen. Die sind weiter da, weil die Münze zeigt es an, dass die weiter hinten sind. Und dann können wir hier ein bisschen campen jetzt, beim Stein. Oh, die müssen gleich herkommen. Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl. Oh, oh. Ich auch. Oh, oh. Die kommen irgendwo. Okay, wir können uns hier ein bisschen schätzen. Weiß ich auch nicht. Oh. Hä? Also, ich sehe niemanden. Lass mal oben aufs Haus direkt. Da, da, da. Wo? Da, beim Baum. Nee, ich back, ich back, ich back. Ich komme nicht raus. Oh mein Gott. Einer ist unten und einer ist beim Baum hinten. Sehe ich. Oh mein Gott, er hat mich gesniped. Mann, die Zone. Wir müssen wieder weg. Scheiße. Jetzt, jetzt rauf. Da hinter der Mauer direkt, ja? Wollen wir uns den erst mal? Safe. Lass auf gehen. Hier, rauf, beide rauf. Krieg ich nicht. Ich bin dead. Habt ihr. Ja! Ja, Mann! Jawoll! Oh. Adios. Ciao, ciao! Das war's mit dem Video, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Klitz gerne unten einmal auf den Like-Button. Glocke aktivieren. Kanal abonnieren. Und schreibt mir gerne etwas Süßes in die Kommentare für den Algorithmus. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao. Und reingehauen. Tschüss. 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 Vielen Dank.